Musik Grüß Gott, mein Name ist Elisabeth Brasser. Gemeinsam mit meinem Mann führe ich seit 1987 den Betrieb. Unsere Schwerpunkte liegen auf der Produktion der Innentüren, der Kücheneinrichtungen und sämtlicher Inneneinrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Handel mit Fenstern der Firma Internorm, die wir natürlich auch verbauen. Die Tischlerei Brasser produziert ihren Wohntraum mit Handarbeit und modernster Technik. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Planung. In unserer Lagerhalle befinden sich hochwertige Produkte aus Holz, welche in der Werkstätte weiterverarbeitet werden. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, Sie haben nun einen umfassenden Einblick in unseren Betrieb bekommen und würde mich sehr freuen, Sie einmal bei uns begrüßen zu dürfen.